Hallo und herzlich Willkommen zurück zu TTT mit allen aus dem Team Pizza Tee Tee Dalu wollte singen Peter ist es Peter ist es Peter ist es angefangen Ich hab Peter gebaitet Du hast angefangen Du hast nicht gebaitet Du hast gesungen Und ich dachte wenn schon mal jemand anfängt dann kann ich auch mal mitsingen Ich hab einfach nur Tee Bram Bram schießt Hä Bram Was Bram schießt überhaupt nicht Bram schießt Jesus Jesus Dalu mach wieder Jesus Alles klar Sepp Geh wieder hoch Geh wieder hoch Hilfe Ja guck mal Bram das mit unser Turm Der dunkle Turm aus Herr der Ringe Ich guck mit der Schrotwinsel guck ich in die Ferne Ich hab die Sniper wir sollten tauschen Lass mich mal in Ruhe sehen Ja ist ok lass tauschen Peter wieso schießt du auf den Turm Wir schießt den hier auf uns Die machen unsere Fenster gar gut Wer hier kommt sein denn Na Alter Peter kommt Ja ist doch Herr der Ringe Jay Warte mal ich für einen Saurons tue ich so schön sagen Der Unglücks Peter läuft von unserem Haus rum Der ist selbstverfolgt Jay kommt rein Wow Mach ihn fettig Jay Mach ihn fettig Mach ihn fettig Mach ihn fettig Ich dachte das wär lustig Lustig Scheiße Alter hast du das alle gemacht Ich wollte auch noch einen weg machen Ich dachte nicht dass er das so hart durchzieht Ich hab mich echt gewundert dass du nicht zurück geschossen hast Ich hatte schon fast ein schlechtes Gewissen Ich hab auch irgendwas zu Recht Der war Traitor Ich hab mich echt gewundert dass du dich auf mich geschossen hast Warum soll ich mich auch Weil ich dich angeschossen hab Ich hab dich jetzt folgt halt einfach so wie Bram halt Das Bram mich angeschossen hat wusste ich nicht Bram hat mich halt richtig runter gebracht Boah dann ist da auf einmal der Dalu aus dem Nichts und Trotz mich um Da hast du aber auch keine Chance Das ist unglaublich hier gerade Ja aber ist ok Jetzt weiß ich zumindest was ich von Dalu und Bram zu halten hab hier Das ist mein Tour Wer hier reinkommt Hä ich war Traitor Der tut dich Der tut dich Ich hab meiner Rolle Bäm bäm Nachgespielt Alter wieso ist der Blau? Blau wenn man ihn anschießt Ich bin jetzt Sauron Meine Rolle war der Hüter zu Mach's damit Blau wenn ich dich anschieße Glock Wieso werde ich blau wenn du mich anschießt Weiß ich nicht Ja jetzt teste ich das nicht mehr Mach jetzt nochmal Wenn er blau wird ist er Traitor Ja ist das so Warte mal Ich teste sofort an dir Oh Hast du noch keine Ah doch 6 Antwort Peter mit dem Aunturm Peter hat ne Poison gun Das ist Jay Das ist ne fucking Glock Kann man da echt den Unterschied nicht erkennen Dann schieß doch mal auf den Boden Mach kein Gift Er hat ne Poison gun Er hat einmal daneben geschossen Guckuckuckuckuck Guckuckuckuck 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 Da Um dich im Zweifel Besser weg Weißt du alle dürfen singen Nur ich wieder nicht Ich find das echt ne Unverschallende Sepp retten wir die ganze Zeit wieder hinterher Da kommt mir den Turm hoch Jay Dann Ich dachte wir wären im anderen Turm Alles gut Ich brenne den Turm nieder Ich bin auf Christian gefallen Ihr seid alles Ihr seid Peter Christian geht da weg Alter was ist denn hier los Peter, Christian, alle brüllen durcheinander Weißt du Jay spielst du von Mario mit mir Dann werd ich weggebrannt Klasse Hast du Schaden bekommen? Ja Jay du kannst den Turm jetzt nicht verlassen Achso ne von deinem Was fällt von deinen Poissenschüssen Von deinem Drop Wieso oder du? Von deinem Drop hab ich nur 19 Schaden Ja du ist ein Braum lass das Ich muss zurückschießen sonst Lass es Du Ich hab ihn gewarnt Christian Ich hab gesagt Der soll aufhören Ich dachte Sepp hört die Musik die ich die ganze Zeit raus holen Ich geh wieder zurück Bram in den Turm Denjenigen den du umgebracht hast oder was? Christian hat gerade zugegeben dass der Trailer ist ne? Können wir uns Alles klar Christian hat jeden gemacht Dado du hast mich bis auf ein paar HP runtergebracht Ey erstmal hattest du noch ungefähr 50 plus Ja Und dann hab ich dich nicht runtergebracht Ja nicht jeden Dado hat auch mitgeholfen Wir hatten drei Trailer Und dann bist du vom Turm Warte ich bin einfach vom Turm gefallen Hoppala oder was? Und dann hab ich ja nix zu tun Achso Gut hat er nicht eben passiert Das wäre ein geiles Ende gewesen Und dann wollte ich Bei Sepp hab ich kurz Ich hab den Orbital Friendship gemacht Und plötzlich steht Sepp vor mir Und dann dachte ich noch so Schießt du den jetzt weg oder nicht? Aber Sepp hat nicht gesagt Dass die Musik da rauskommt Und dann hab ich ihn trotzdem geschossen Nein Hab ich ihn trotzdem weggeschossen Ja das war mir zu risky Der hat doch checkt Ne Sepp hier gibt keine Waffen für dich Keine Waffen für dich Keine Suppe für dich Keine Erbsensuppe für Jake Keine Erbsensuppe für Jake Keine Waffen für dich Tut mir leid Ja das stimmt Du hast jetzt keine Erbsensuppe gegessen Nein 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 Keine Waffen für dich 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 Ich bin nicht Trailer geworden Das ist cool Keine Suppe für dich Ja genau Warum bin ich nicht Trailer geworden Das wäre so cool gewesen Ich hätte es seit mal versucht Wahrscheinlich ist der Trailer Ja Jay hier schon wieder listig Bramben 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 Boah Peter Dann weißt du nicht Ich bin vergattet worden Richtig ekelhaft Peter Du Drecksack Sogar ohne den Mund zu öffnen Peter du Drecksack Du bist echt ekelhaft Können wir kurz festhalten Dann Bramben Trailer ist Wie soll ich damit auf dich ziehen Peter Bramben ist Trailer Ich bin, Alter Was war dat denn? Bramben ist nicht Trailer Hau ab Peter Alter Alter Ich wurde hier gerade tatsächlich richtig hart getroffen Der Bram ist doch Trailer Dado lebst du noch? Ich bin nicht Trailer Wieso soll ich nicht? Ja Dado lebt auch noch Der steht auf dem Haus Und ja der sagt uns nix Aber der steht da vorne auf dem Haus drauf Neben dem Turm in der Mitte Äh Weiß nicht Wo ist es in Norden? Weiß ich doch nicht wo doch Wo ist es in Norden? Ich war kurz auf Kai Ihr habt den Turm gesehen Ja das ist ja der von kurz auf Kai am Arsch Warte die Sonne ist bestimmt im Westen Ne im Osten Peter Und woher kam dann die Inszenen Nein Sepp Hör auf Peter jetzt Warum bist du hurt? Alter Weil ich, ich hab doch sogar tausendmal gesagt Der dich getroffen Peter wurde schon angeschossen Peter hat Dalu gekillt Peter hat Dalu gekillt Sepp hör auf Peter jetzt zu rennen Das geht mir mega an um den Sack Aber du bist hurt Und du hast doch kein Aboment geliefert Feuerwaffe Feuer hier Was ist denn die Feuer? Das ist eine Pistole Bewerf den Turm in Brandkanal Alter hier ist einer mit der Welt gekippt Brammen wohnt er da Brammen wohnt er da Brammen wohnt er da Ich wurde vergiftet Feuer Ich schieß doch gar nicht Was passiert da? Was passiert denn hier? Bra Lava ist so ein Scheiß Oh shit Brammen wird getötet Da ist einer umgefallen Sram hat getötet Du Sau Dalu ist tot What? Christian! Was denn? Der Ficker! Oh oh Wo ist der denn? Wo ist der? Alter ist das nice mit dem Pippenstrom Au man ey Das ist so OP hier Boah diese Verwirrung gerade Das war eine Obershit Dalu ich hatte doch eine normale Pistole die ganze Zeit Da confirm ich Bram und keiner macht was Ich sag doch Bram hatte giftig Ich glaube du hättest einfach nicht die Schnauze halten dürfen danach Ja Dalu Du bist da direkt wieder so zwielichtig geworden Ach zwielichtig ey Das strahlende Sonnenschein Dalu war giftig Ich dachte sogar ich wurde vergiftet Vor allem ich bevor Peters Nase voll weggerotzt werde und Peter so 21,2 Hier ist ein Atom Das war geil Das hatte ich schon mitbekommen weil der hat nicht gesehen mehr das war glaube ich Ja genau das ist das Problem Ich hab mich halt gewundert dass er so 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 Schon so lange her Das find ich jetzt aber nicht nett von dir so zu sagen Oh man ich muss eh schon auf Toilette Das ist nicht gut Ey Feuer Ich hab schon Feuer gesungen ihr Penner Ja 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 Dalu Hier kriegt man noch Schrauben Hier kriegt man noch Schrauben Granate da hab ich ja Da brennt ein Turm Smoke made every day Alter Ich glaub wir kommen ja beide nicht an Ich glaub wir kommen ja beide nicht an Ja einer der Steintürme brennt halt im Unertgeschoss Das ist aber fantastisch Die gucken uns vorausen zu Wir werden hier gleich richtig Beide haben richtig Hans geschockt Aber Spiel hängt Spiel hängt Spiel hängt Spiel hängt ist auch ne gute Ausrede Da dachte ich muss ich dich killen weil du Weil du gesehen hast was ich in der Hand hatte Aber hast du gar nicht gesehen Okay wir müssen den PHP erholen War jetzt irgendwie nicht die cleverste Idee tatsächlich Ich weiß gar nicht ob ihr wisst wo ich bin Wir wissen nicht dass du in dem Turm bist Da brennt was Ich guck mit der Schrotflinte zur Leiter Vorne ab West Der andere war Jay Ne Chris Sepp Jay Oh erstmal nachladen Peter hilf mir Ich weiß ja nicht wo der Kampf ist Unten an deinem Turm Oh ich werd den Sniperd Wuhh Ich auch Oh Gott da ist ja noch deine Der hat die jetzt weg Bram Oh Gott 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 Oh fuck Warum wechselst du die Da lebt noch jemand Christian lebt du noch Sepp und Peter sind da Christian nicht auf mich Oder auf Bram Okay Moment Ganz ruhig jetzt hier Okay verstehe 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 Wehm Das war jetzt wichtig Okay Jay? Ja Wo bist du? Ähm Im Dorf Irgendwo im Dorf Ja Nice Dann ist er doch noch da reingegangen Das war so ein Mistreißen Bram du hättest beide Die waren beide so low Und du springst da runter Rotzt ihn einen weg Und Wechselst die Waffe Das kann ich fast Schiff Voll geil Aber Peter Ich hab wirklich nicht gesehen Was du in der Hand hattest Das heißt Hättest du nichts gesagt Hättest du glaube ich keiner mitbekommen Aber Wärst du da sitzen geblieben Und einer kommt da hoch Hätten glaube ich die Die Merlin dich weggemacht Ja ich weiß Deswegen war das auch Ganz schön ungünstige Situation Dass alle auf diesen Turm geguckt haben Und ich da nicht weg konnte Ich glaub so Der ist so mitreißend Ich glaub so weil ich konfirm bin Muss ich mich muten Ja stimmt Ich wusste aber auch nicht Dass Jay noch lebt Ich dachte auch das wäre Ich hab den völlig ausgeblendet Ich dachte mir so Bram mach das jetzt Weißt du beide low Der schießt seit 10 Minuten Auf die mit der Rifle Ich war super low Der Lapp hat mich richtig hart runtergeschossen Wir haben halt Unglücksbräu Ja die Sau ey Okay Du krieg halt da ne Granale Weg dann Jay Kommt weg Ich schieß Jay ab hier Tja Dalu Du hast noch ne huge Du bleibst jetzt hier schön bei mir Ja Die ist gut War das Jay Du hast grad Du hast echt Bram war ne Pistole nah Bram ne Leute Aua Ich hab auch ne Pistole nah Der ist genau hier vorbei gerannt Ja die hast du gerade gewechselt Hab ich genau gesehen Was Christian wurde gemacht Von Oh Nein 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 Dalu Sorry Ich hab gedacht das wäre ne Disco Oben Sniper an einer Oben Nein nicht du ich mein den da Dalu ist es Dalu hat mich gerade erst mal Ja ein bisschen Gibt Dalu ist es Peter lauf hier oben Ach du willst du mich verarschen Peter Ah nein Oh Schöne Runde Darden Ja Der arme Peter Kurz und schmerzlos Ich glaub die Karte ist einfach zu klein Ich hab dich sogar mit Sebastian eingesperrt Dass du den kaputt machen kannst Ja Nein 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 Du Ich wollte da raus und wollte selbst ne Brand rein werfen Hehehe Bustable Lemon Alter Bustable Lemon Dieses Gift ist so übel Warum brenne ich Warum bin ich hinvergült? Weil ich dich noch angeschossen hab nach der Runde Aha Warum brenne ich eigentlich Dann kriegst du doch Karma Schaden Ne 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 In der Post Der Runde nicht Jay war das ne Melen? Achso das war in der Post Ja Was denn? Also irgendwann hat das hart explodiert und hab ich gestorben Achso Ich hab eine Shotgun Hm Das ist ja doof Bram Ja Wieso ist das doof Das Bram eine Shotgun hat Ja Bram hat keine Sepp hat eine Das ist doof Bram Alter Der hat sich hinter mich gestellt Alter gar nicht witzig Boah Probier mal aus Sepp Boah Bram Was macht ihr da? Das Also guckt ihr nach oben Das versteht Ach Dalu sieht halt alles aus Ach guck mal haben wir noch eine Sepp Jepp Junge Immer wieder am Start Ne So nicht mein Freund Ich bin schon wieder vergiftet worden Wirft mir drei Granaten an den Kopf Scheiß Gift ist so nervig Ehrlich? Ja Ja dann äh Jay oder Chris Einer von beiden safe Nein ich nicht Ja okay Einer von beiden hat halt das safe das Gift geschossen War eh Dalu wahrscheinlich Nein es war Christian Wo ist der denn? Ehe nix Ach kein Quatsch Nur ein Dalu und so Da Ich bin auch vergiftet Nein aber nicht von mir wohl offensichtlich Ich wurde auch vergiftet Der springt mittlerer Turm Mittlerer Turm Mittlerer Turm Kannst du gar nicht sein, ich stehe getraut Er ist gestorben Okay der andere ist Sepp Oh Wir müssen Sepp finden Okay ich sterb sofort Er hat nen Melon Launcher gekauft Er hat nen Melon Launcher gekauft Einen goldene Schuss will ich noch setzen Er hat noch einen NICHT NICHT Oh Jaa wo ist der denn? Er hat nen Melon Launcher und keiner weiß wo Schmied er nicht Dem Traitor rum? Er wird unten in der Hölle oder so sein Ja dem Traitor rum In der Hölle sollt ihr schworen Tschüss 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 Wir werden keine Freunde mehr Ja Ach Kacke dann fliegt die halt an dir vorbei oder reingehe Und er sagt einfach nur leger Ja, ja, genau so soll es laufen. Du wusstest, dass er eine Melon hat, deswegen kurz Zeit. Alter, das erste Griff hättest du sehen sollen. In der Luft, Doppelsprung, unvergiftet. Hab mich ganz schön genervt. Danach, weil Doppelsprung mein Tod. Gewonnen hat, hab ich jetzt gerade gar nicht geguckt. Gerade mal 19 Punkten, der Christian Stachelhaus. Wir danken vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tudeloo. Haut. Haut.